Ja, war meine lieben Freunde, weiter geht's mit Total Warhammer 3 von Creative Assembly. Wir spielen Arzak den Vernichter und wir sind mitten in der Knochenmehlkrise. Ja, wir haben das große Glück, die Vampir-Krise gezogen zu haben. Und dieses Zeug lässt sich einfach nicht die Toilette runterspüren. Es ist wie Kakerlagen, alles in einem Flattverschnitt hier. Ja, wir sind sozusagen jetzt schon in der neuen Runde. Und sind hier in einer, wie soll ich es denn sagen, sehr prekären Situation. Umzingelt und umringt von Feinden und schwer geschwächt. Ächzen wir hier herum und versuchen irgendwie zu überleben. Die Frage ist jetzt, wie geht man das an? Der Feind hat auch massive Verluste hinleben müssen. Ich bin mir bis jetzt immer noch nicht so ganz klar. Trotzdem, dass ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt habe. Wie machst du das jetzt? Wir haben auch verloren Einheiten oder haben eine Einheit verloren. Das ist natürlich alles andere als gut. Die Frage ist, ziehe ich mich zurück oder greife ich an? Das ist der entscheidende Punkt jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir einfach nicht so sicher, was da die richtige Entscheidung ist. Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine. Ich muss jetzt nachsetzen und hier dem Feind ein Ende bereiten. Ich habe die ein oder andere Möglichkeit, noch Dinge zu erreichen. Ich denke, dass ich damit nicht falsch liege. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, die Frage ist, wen dann? Wen greife ich jetzt als erstes an? Der hat am wenigsten Federn gelassen. Hat auch eine ziemlich starke Armee immer noch auf seiner Seite. Der hier hat ganz schön Dresche bekommen. Und der hier ist so gut wie weg. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde behaupten, ich lege mich mal mit dem da hinten an, um so in die Richtung Sauflecken zu kommen. Ich schaue mal, was jetzt hier der Fall ist. Die haben hier auch Verschleiß übrigens hier in der Gegend. Ich nicht. So, wenn ich jetzt entscheiden, dass ich anklicke, dann verliere ich niemanden, angeblich. Doch, ich verliere zwei Spinnen. Das ist mir egal. Die sollen sich gerne opfern dafür, dass wir jetzt hier gewonnen haben. Das ist okay. Ich nehme die Verlustverstärkungsrate. Habe mir hier den Weg einmal freigekämpft. Kriege nochmal einen Trollhirten, was ich nicht brauche. Ein Schnottlingschmarrotzer, ein Energiestein. Haben noch eine blaue Rose gezupft. So, wie sich das gehört hat einfach. Ich könnte jetzt im Einmarsch weitergehen. Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Vielleicht bleibe ich hier einfach auch fröhlich so stehen. Wie weit ist eigentlich der Radius der Stadt? Nicht sehr weit. Nicht sehr weit. Ich habe es schon fast befürchtet. Naja, sei es drum. Also, insgesamt denke ich, dass wir dieser Vampirproblematik schon Herr werden. Aber es wird dauern. Es wird einfach dauern. Ich kann es nicht anders sagen. Gut, dass wir hier noch ein bisschen recken. Also, das ist wirklich nicht schlecht. Also, erster Kampf, erste Schlacht hier jetzt gewonnen. Dann ziehen wir mal weiter zu unserem Freund Oklock. Der jetzt sich hier oben, ja, wie soll ich sagen, im Pass von, wie heißt das Kaff nochmal, ja, von Asgorth befindet. Und der zieht jetzt auch fröhlich weiter zur schwarzen Festung. Ich weiß gar nicht, wie oft die Besitzer hier jetzt schon gewechselt haben. Es ist einfach oft, das weiß ich. Aber, meine Güte, ey, Himmel, wat ein Eckt hier. Was können eigentlich die Schwarz Orks für Waffen bekommen? Gezackte Waffen gegen Infanterie und Bonus gegen große Feinde. Ich glaube, hier übertreibe ich es einfach gegen die Infanterie. Das war so unfassbar gut. Und vielleicht mache ich auch zwei gegen große Feinde. Ich weiß es gar nicht. Ist schwierig, Leute. Ist immer schwierig. Koste mich halt echt 80, ne. Aber die einen, die haben hier Goldrand. Die haben sich ihren Bonus gegen die großen Feinde einfach verdient. Und bekommen das jetzt. Einfach auch für die Leistung der letzten, ja, Schlachten, die wir geführt haben. Wie lange ist eigentlich Tina noch weg? Drei Runden. Da merkt man mal, wie schnell ich spiele. Okay, dann würde ich sagen, guck mal hier, ob du hier irgendwie die Armee blockieren kannst. 79 Prozent. Das ist gut. Dann haben wir einen von den beiden verlangsamt insgesamt. Sollen sie doch schön weiter vielleicht Schleiß kassieren. Das ist mir gerade recht. Ist so, ist mir gerade recht. Ich sehe jetzt nicht, wie hoch der Verschleiß ist. Aber er muss da sein. Nicht von Lebenden. Ja, das ist von Lebenden kontrolliert. Aber sowas von. Okay. Wie weit sind wir eigentlich noch weg vom Wachstum? Ah, ich habe es ausgegeben für die Tod der Verderbnis. Grr, eigentlich ein Riesenfehler. Eigentlich ein Riesenfehler. Wir brauchen vier, haben zwei. Drei Runden haben wir drei. Boah, das war nicht gut. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber ich führe das jetzt nicht nochmal zurück. So, wir haben weitere Kommandanten nicht bewegt. Unsere Lage ist durchaus positiv bis misslich. Das meine ich. Hahaha. Die KI will es wissen. Uh, der ist komplett fresh. Fresh. Auch fresh. Uh, das sind Schmerzen. Das sind vier Fullstacks. Sehe ich das richtig? Nicht gut. Nicht gut. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, Mann. Da haben wir 40. Das blöde ist, ich habe natürlich hier vor, Armeen des Feindes auszuschalten, die jetzt so blöd waren, hier hinzugehen. Jetzt bleibt, ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe Prag auf. Ich versuche nochmal Sachen abzureißen in Prag, auch wenn es weh tut. Kislev muss erstmal auf diesen Stand kommen, ne. Auf dem die andere Verteidigung ist nicht unbedingt. Von Kislev aus könnte ich... Ich kann Prag nicht halten. Prag, ich kann Prag nicht halten. Das ist so die Festungsstadt gegenüber, ja, aus der Geschichte her, genau gegen diese Chaos-Invasion, sage ich jetzt mal, hier dieser Bereich. Da haben die Kisleviten sehr tapfer gegen das Chaos gekämpft. Ist jetzt auch wurscht egal. Hier ist, in dieser Geschichte ist es ein bisschen anders. So, der zieht sich zurück. Davon bin ich ausgegangen. Muss er. Ja, ich greife jetzt aber nochmal an. Und jetzt auch noch mit der Garnition. Das ist natürlich sein Untergang, da gibt es gar keine Frage. Ich kann Blitzschlag auswählen, will ich aber nicht. Und dann ist er einmal hier weg. Und wir nehmen in dem Fall leider die Verlustverstärkungsrate, weil wir ganz schön haben einstecken müssen hier an dieser Stelle. Wir bekommen jetzt nochmal einen Schwindler. Und dann haben wir nochmal jemanden getötet und nochmal jemanden getötet, weil wir es können, weil wir es müssen. Ja, wir werden hier sozusagen gezwungen hier vom Spiel so zu spielen. Dann gehen wir bitte noch einmal in den Hinterwald und dann... Ah, dann darfst du aber nicht mehr recken, ne? Dann darfst du nicht mehr recken, das ist natürlich nichts. Ich will, dass du hier rüberkommst und ein bisschen reckst. Das ist mir wichtiger jetzt, dass du voll aufgeladen bist, wenn... Wir sind hier noch nicht fertig. Also wir müssen auf jeden Fall hier unsere Armeen zusammenführen. Und wenn wir die zusammengeführt haben, dann können wir gemeinsam entweder vorgehen oder in die Defensive gehen. Ich weiß nicht, ob ich auch noch die Streitmacht von Kirchendingens, von Skarsnik irgendwie dazu holen muss. Wow, die sind wirklich mir gefolgt. Die sind mir echt gefolgt. Ich bin absolut überrascht, wie aggressiv die KI hier jetzt gerade diese Krise spielt. Ähm, auch irgendwie ein bisschen positiv, muss ich sagen. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen herausfordernder wird, ne? Insgesamt machen wir mal Geschossresistenz. Brauchst du jetzt gegen die Vampire nicht, aber gegen andere Fraktionen... Aber warum tut sie das? Da verliert sie doch beide ihre Stacks. Die knuspern meinen Jungs doch einfach so weg zum Frühstück, würde ich sagen. Das ist doch für die Laufkundschaft. Anders kann ich es ja gar nicht sagen. Was kosten eigentlich diese Flasche hier nochmal? 50. Egal, die haben Silberrang, das haben die sich verdient. Hier lauft mir jetzt nicht mehr so schnell weg. Dolph und Selig. Hinten dran steht der Imperator, wie bestellt und abgeholt. Okay. Gut, da haben sie Geländegewinne gemacht. Dann habe ich nochmal zwei Halfstack. Also, ja. Anderthalb ist hier und hier ist nochmal eine Fullstack. Hm. Was ist hier Ende eigentlich? Nicht nur eigentlich. Habe ich da meinen Verbündeten da dran? Sieht zumindest so aus, weil da so ein grüner Pfeil ist. Die machen das. KI-Steuerung. KI-Steuerung. Oh, ich kann sogar meinen Verbündeten, die Trollarmee, als KI-Steuerung machen. Die Spinne regt mich komplett auf, Leute. Es ist viel zu übertrieben. Ja. Wieso sollte das ein knapper Sieg werden? Kann man das mal bitte einladen werden? Allein, um es gesehen zu haben, Leute. Also, mache ich die Kiste jetzt. Das will ich sehen. Also gegen vier Fullstack. Also, wir sehen uns gleich. Never ever schafft die KI das. Never ever. Keine mittleren Verluste. Ich wüsste nicht wie. Okay, da bin ich wieder und ich freue mich drauf auf diese Schlacht. Also, ich habe jetzt hier tatsächlich unsere Spinne im Wald versteckt hier. Also, schön klumpig, so wie sich das einfach von den Spielregeln her gehört. Und habe dann hier unsere Fernkampf-Spinnen aufgestellt. Und stehe halt Breitband-Chinemasko mit einer Kampf-Infanterie hier drauf. Versuche den Hügel relativ früh zu erklimmen, sodass der Feind eben diesen Hügel-Vorteil nicht hat. Hintergrund einfach dafür. Ich bekomme zwei Verstärkungsarmeen aus dieser Flanke. Und habe damit die Übermacht der Verstärkung auf dieser Seite. Und erhoffe mir somit mehr Vorteile. Als jetzt mein Gegner. So, hier die Spinnen, die kommen jetzt natürlich direkt zuerst mal raus aus dem Wald. Den hier habe ich natürlich noch gesagt, bitte noch ein bisschen blänkeln. Die schicke ich ein bisschen nach vorne. Das sollten die ja eigentlich hinbekommen. Dann der ganze Klabberadatsch hier. Bitte den Hügel hoch. Und zwar as soon as possible, bitte. Ja, rennt. Rennt. Also, ich versuche jetzt hier gleich ein bisschen Druck aufzubauen. Aber auch nicht zu arg. Einfach hier zu versuchen, den Gegner gar nicht erst oben gemütlich parken zu lassen. Das ist einfach der Grund. So, und da verstehe ich jetzt nicht, was hier gerade passiert. Ich habe ja auch einen Blänkler-Modus eigentlich an. Normalerweise müssten die sich jetzt schon jetzt zurückziehen, was sie nicht tun. Diesbezüglich machen wir das jetzt so. Wir gehen jetzt rüber auf die Flanke, obwohl das nicht gut laufen wird. Da reicht der Winkel nicht, wegen der gegnerischen Kavallerie. Okay, wir haben es ja auch noch mit Flutrittern zu tun. Und sie laufen nicht. Sie laufen nicht. Sie laufen nicht. Und ich weiß nicht, warum. Sie lassen sich catchen. Das ist so ärgerlich. Das sind Sachen, die mich an dem Spiel absolut abnerven. Aber wirklich horrend sogar. Weil das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Der Befehl war lange genug draußen, um sich hier zurückzuziehen. Ich raffe es nicht. Das möchte ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Und das will ich nicht verstehen. Ja, also da hat das Spiel leider immer noch, ja, Steuerungsschwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal höflich. Unsere Verstärkung lässt sich ein bisschen zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Wir dürfen jetzt hier auch nicht zu lange warten. Der Feind hat schon seine Verstärkung bekommen. Und ich muss jetzt das mal wieder, wie immer gewohnt, anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Und zwar geht ihr mal hier rauf. Ihr schnappt euch die hier. Ihr, die hier, stehen nicht gut. Wie ich jetzt stehe, überhaupt nicht. Gefällt mir gar nicht. Viel zu schräg. Im wahrsten Sinne, ne? Also im wahrsten Sinne viel zu schräg. Ihr dürft euch die da mal schnappen. Mal einen direkten Angriffsbefehl geben euch. Und ihr steht auch schon fernab vom Schuss. Ja, ich weiß, schlechtes Wortspiel. Ihr schießt mal auf die hier. So, meine Spinnen. Einmal bitte hier in die Verfluchten rein. Und du gehst mir bitte hier in die Verfluchten rein. Ich habe die etwas zurückversetzt, weil die recht schnell nach vorne laufen können, doch. Ah, guck mal, wer hier versucht mich zu umlaufen. Ist ja süß. So, wie können wir die am... Blockieren wir die mal irgendwo hier. Und du machst mal hier. So. Größtungsdurchdringender Waffenschaden. Bitte einmal da drauf. Geschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit. Bitte hier mal da drauf. Dieses Flankenmanöver gefällt mir nicht vom Feind. Was meine Jungs hier treiben, weiß ich nicht. Die Spinnen sind auf jeden Fall schon mal getriggert. Und fliehen auch instant. Schisser. Einfach Schisser. Man konnte meine Verstärkung rein. Oh, die braucht aber echt lang. Oh, die braucht lang. Schockierend lang. Du, du darfst ruhig weiter mit angreifen. Du brauchst hier nicht rumstehen. So. Die Buffen wir raus. Buffs für uns. Stark gegen Charakter. Stark gegen Einheiten. Genau. Das wollte ich nämlich jetzt mal gucken. Wo befindet sich denn der feindliche Anführer. Das ist etwas, was man... Ach Mist, ich habe die Spinnen hinten stehen lassen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz grober Fehler. Was man in dem Spiel machen sollte, ist schnell die Anführer raus zu fokussen. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und klatschen das hier mal raus. Ach, das war jetzt bitter. Echt. Richtig, richtig bitter. Richtig blöde Kiste von mir. Hätte mir nicht passieren dürfen. Oh, erbarmen sich unsere Verstärkungen mal. Der Winkel des Schießens gefällt mir überhaupt nicht. Zieht euch mal hinter der Linie lang. Ein paar Erfolge haben wir mal erzielt. Würde ich behaupten. Also die Armee wird es jetzt heftig erwischen. Weil es hier halt voller drin ist. Und ich auch diesen miesen, miesen, miesen Schnitzer gebaut haben. Das kann man nicht anders sagen. Okay. Wenn ich jetzt hier noch irgendwas blicken würde, wäre das noch viel geiler. Okay. Die Spinnen. Schnappt euch mal die Blutritter. Also zumindest, wie ich mal sie irgendwie bewegen sehen, sich. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee von euch. Den dann mal hier platt zu machen. Da steht ja gut, ja. Die kleinen Goblins, die kämpfen hier aber auch richtig tapfer, würde ich mal behaupten. Okay. Was machen wir noch? Raus damit. Ich will deine Fähigkeiten jetzt früher haben. Ja, das wird nicht funktionieren, was ich da gerade gemacht habe. Und weiter gegen den drauf. Ja. Das Spiel beschwert sich gerade, dass das so nicht funktioniert. Ist auch völlig richtig. Du gehst bitte weiterhin auf diesen Anführer. Ich würde den gerne mal ausgeschaltet wissen. Da können wir auch mal ein bisschen reinkasten. So ist es nicht. Ist halt mal nicht so geizig mit dem Zeug, ne? Du's. Meine Fernkämpfer haben sich die Nahkämpfe verwickeln lassen. Okay, die greifen gerade hier durch die Bank, die hier an. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich spiele die Mobilität überhaupt nicht aus von diesen Einheiten. Aber ja. Gut, hat der Gegner mich gut gebunden, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn die Verstärkungen da sind, sieht's natürlich. Jetzt kommen die auch endlich. Die Trolle sind auch recht schnell da. Das muss man dazu sagen. Deswegen habe ich jetzt auch hier ein bisschen mit den Spinnen abgewartet. Und jetzt, wo die da sind, würde ich sagen, können wir es wagen, uns mal rauszuziehen aus der Kiste hier. Lintür mal kommen. War kommt. Man hitboxt einfach 10 Millionen Mal daneben, gefühlt. Ich spawne halt einfach immer mehr Spinnen rein. Das sind immer wieder Ziele. Ne, die getroffen werden müssen erst mal. Dann haben wir unsere Rock-Jungs besser, wenn sie nicht gerade eben komplett draufgegangen sind. Drüben mal den Feind ein bisschen langsamer machen. Es sind auch passable Nahkämpfer geworden, ne, mittlerweile. Sonst wären die jetzt schon längst weg gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen. Unsere Spinnen haben sich da... Sind in den Rücken gefallen worden, weil ich's verschnarcht hab. Also es war eine ganz, 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 ganz schlechte Kiste von mir. Ihr seht auch, diesen einen Zauber benutze ich nicht. Dieser kleiner Walk. Der funktioniert meistens nicht. Meistens trifft man seine eigenen. Ich versuch's trotzdem mal. Mir hat auch Zeit, dass die Verstärkung jetzt eintrifft. Mit der Verstärkung alles kein Problem, ja. Und alles weiter gespawnt. Ja, dadurch kann das andere nicht mehr das machen, ja. Das ist klar. Gut, klar, man kann sagen, okay, man hält die Armee zurück, ne. Man hält aus, bis die Verstärkung da ist und rückt dann mit dieser gemeinsam gegen die Armee vor. Vor allem Problem an der Nummer ist, der Feind ist dann auch sortiert, ne. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ihr könnt aufhören zu kämpfen. Ihr habt alles gemacht, was ging. Spinnen, ich hab euch beinahe zu Tote gefoltert. Kann man nicht anders sagen. Das war echt nicht toll von mir. Deswegen zieh ich jetzt ein paar Dudes raus. Hier ist immer noch das Problem, dass sie nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Meine Fernkämpfer. Die viel zu gerne im Nahkampf drin sind. So, wir haben hier nochmal einen weiteren Anführer. Den anderen haben wir immer noch nicht platt gekriegt. Das ist zu witzig. Der ist auch Level 25, haben sie den werden lassen. Unglaublich. Kriegst du den da oben beschossen? Oder schottst du das auch nicht? Ich glaube, das schafft er auch nicht. Na, 23 Minuten. Die kann ich nicht kämpfen lassen. Ja, und jetzt wird es natürlich... Entschuldigung, Leute. Absolut unübersichtlich. Jetzt muss ich meinen eigenen Anführer da irgendwie rausrecken. Ich muss meine Kriegselefanten da aus der Zone rauskriegen. Das gibt es doch nicht. Jetzt lassen sie sich auch noch von dem da beißen. Das darf nie wahr sein. Möge es nochmal einer kapieren? Moment mal. Also, euch sortiere ich mal aus. Dich sortiere ich aus. Und dich sortiere ich aus. So, wo seid ihr eigentlich? Im Wald, okay. Wo bist du da? Wo bist du? Hier. Okay. Genug gekämpft haben die. Wirklich. Ja, tatsächlich. Ragnik flieht. Ragnik flieht. Oh Gott, was ein Feigling. Ja, Königin, weiter, 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 bitte. Einfach weiter. Zu zweit nicht geschafft, den einen Vampir zu töten. In welche Richtung flieht Ragnik? Ja. In der äußerst unangenehmen. Mal gucken, wie weiter rennt der Feigling. Der Mord ist schrein, einfach direkt hinten dran. Ach, Ragnik, hast du dich wieder zu deiner Armee zurückbequemt, ja. Jetzt muss ich meine Verbündeten ein bisschen schützen. Also von meiner Armee ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Hier blickt man gar nichts mehr, ne. Keine Ahnung, was ich jetzt geklickt habe, Leute. Aha. Ja, Kobo ist ready. Okay. Ja, wir haben einen Anführer gekillt, das darf nicht wahr sein. Drei. Ja, da ist nicht nah genug dran, ne. Gleich verliert er wieder seine Kontrolle, wenn er zu nah rangeht. Geh raus. So, wo haben wir noch einen Anführer von denen? Wir müssen jetzt mal rausfokussen hier. Sehe ich überhaupt noch einen, der kämpft oder so? Ich weiß, dass da einer so rumgeflitzt ist. Hier ist auf jeden Fall mal so ein dummer Mortis-Schrein. Ihr braucht euch ja auch nicht abschlachten lassen. Komm, 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 komm. Ach ja. Ah, die Blutritter, die wirken mal wieder hier ein bisschen. Naja, aber man kann sagen, es ist eine großartige, also große, große Schlacht, die wir hier führen. Das ist ganz klarer Fall. Könntet ihr vielleicht auch von euch in den Nahkampf verwickeln lassen? Und du könntest bitte vielleicht da mal rauskommen. Das ist nur eine Fleder-Bestie, in Anführungszeichen, nur. Ich glaube, wir haben gewonnen, ne? Die lösen sich gerade alle auf. Ich glaube, der Anführer von denen ist draufgegangen. Alles klar. Ja, ja, die lösen sich auf. Wo haben wir noch irgendwas? Alles andere als gut gespielt von mir. Alles andere als gut gespielt. Verluste waren enorm. Also enorme Verluste. Bei unserer Spinnenarmee. Gut. Und es war halt klar, die haben sich halt vorne jetzt reingestürzt, ne? Schaut euch das mal an, was hier reingeworfen worden ist, ne? Also wir haben die gesamte Armee vernichtet, klar. War auch Qualitätspersonal bei den Untoten dabei. Aber unsere Verluste, die haben richtig wehgetan. Überlegt euch mal. Wir haben jetzt zwei Drittel der Armee verloren von Ragnik, ne? Das hat richtig, richtig wehgetan. Masslethoff, der Trolltreiber, hat sogar 142 Leute verloren. 142, bei ihm ist viel. Hauptsache, der hat keinen Riesen verloren. Okay, wir sehen uns gleich. Okay. Bin wieder da. Ich hab tatsächlich verloren. Einen Spinnenreiter. Zwei sehr gut ausgebildete Wildorcs. Also zwei Spinnenreiter, zwei Wildorcs. Und das war's. Mehr Mann hab ich bei diesem ganzen Gefecht nicht verloren. Also, uff. Würde ich sagen, ganz gut gelaufen. Bisschen Knochenmark essen. Ich ertrag diese Spinne, ne? Da kann man keinen normalen Satz sprechen, ne? Das ist völlig, völlig, völlig überzogene Reaktion. Das wird sich auch so eine große Spinne vor allen Dingen nicht verhalten, weil das extrem viel Energie kostet. Und diese ständige Gefaure. Vor allem, ne, geil. Okay, dann, ähm, müssen wir mal noch. Auch bitte mal Geschossresistenz. Wäre vielleicht bei dir gar nicht so schlecht, du Feigling, du. Ist ja doch da einfach weggerannt, ne? Ihr wisst es alle noch. Ihr habt es alle gesehen. Wow. Kein so, also keine so ganz so langweilige Nummer. Also, schwer zu überblicken. Das muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Also, man, man hat nicht so wirklich viel verstanden, was da noch los war, ja? Weil sich dann halt doch irgendwie alles klumpt und, oder verklumpt, ne? Na, es gilt nicht für, ja. Ja, es gilt auch für Geschoss. Kavallerie. Dazu gehören die Spinnen. Deswegen mache ich hart wie Stahl. Okay, zieh dich zurück. Ragnik, du hast ganz schön tapfer gekämpft, würde ich mal behaupten. Hier gehen wir in den Hinterhalt. Stellen uns am besten jetzt ein bisschen hier rüber. Also, ich fand's krass, wie spät halt unsere Verstärkung auch einfach eingetroffen ist, ne? Das ist einfach so. Also, wir füllen jetzt versehentlich mit diesem Streitwagen hier schnellstens auf. Weil wir haben halt jetzt einfach ein Problem, was die Rekrutierung angeht. Geht schon, aber wir müssen halt viel global lösen. Ich weiß nicht, ob ich die Spinnen bei Ragnik so lasse, wie sie jetzt sind. Ich brauche eigentlich Soforteinheiten, die uns da unterstützen und aus der Kiste rausholen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, mehr Qualitätstruppen jetzt aufzustellen. Die Spaß- und Testphase ist eigentlich vorbei. Deswegen sage ich, okay, bitte nochmal ein Arachna-Rock, aber ich muss jetzt schnell noch Verstärkung reinholen. Das wird sonst nicht funktionieren. Ich fand, die Spinnen waren nicht schlecht, aber reichen vier Einheiten Nahkampf-Spinnen? Ich würde sagen, ja. Weil auf der anderen Seite schlecht gekämpft haben sie nicht. Sie haben nicht schlecht gekämpft. Füllen wir es nochmal mit zwei Einheiten auf. Wir füllen es nochmal mit zwei Einheiten auf, aber ich habe kein gutes Gefühl da dabei. Und dann ist die Armee auch eigentlich wieder voll und muss sich aber auch ein paar Runden hier ausruhen. Ich denke, dass ich in Schloss Tempelhof mit dieser Garnition natürlich die ein oder andere Untoten-Armee rausnecken kann. Hier kann ich gut verteidigen. Hier habe ich vielleicht auch bald Verstärkung im Rücken. Müssen wir mal schauen, wie ich mich entscheide. Strategisch. Ich habe ja noch 15 Runden. Also bei 10 Runden muss ich dann halt natürlich in den Norden vorchecken. Das ist ganz klar. Ich muss ganz kurz Pause drücken aus Gründen. Okay, und dann verrät mir da dabei der Blick auf die Uhr. Autsch. Wir spielen auf jeden Fall diese Runde noch zu Ende. Ich will auch ein bisschen vorwärts kommen. Insgesamt in dem Spiel. Das ist ja logisch. Wie geht es jetzt weiter vor? Wir müssen gucken, dass wir Fullstacks aufhalten und oder gefährliche Agenten ausschalten. Hier Ferdinand von Snickler ist doch so ein Armleuchter, den ich nur zu gerne blockieren würde. Aber 48, ich glaube, das hat was mit dem Cooldown zu tun. Oder ich teste, ob das vielleicht an was anderem liegt. 69 Prozent. Nein, der hat so einen guten defensiven Wert dagegen. Aber weißt du was? Dann blockiere einfach den hier. Diesen Level-2er-Typ, den sie wahrscheinlich rekrutiert haben jetzt. Ach, Klausi. Ja, dann kann ich alles haben. Man kann nicht alles haben. Wir haben beschädigte Gebäude. Wo? Festung Obersttür. Ja, was soll ich da sagen? Nichts. Gut, Festung Obersttür könnte ich jetzt reparieren. Da wird aber mir Imperator Karl Franz direkt reinrennen. Der ist aber ganz schön geschwächt. Was soll ich machen? Ja, allein schon, dass er es tut. Allein, dass er es tut und seine Armeen verliert da dran. Ne, doch, ist so. Das sage ich jetzt, meine ich so, wie ich es sage. So wie Tebo ist noch relativ safe. Dadurch kriegen sie ein bisschen mehr Truppen in die Verteidigung. Deswegen mache ich es. Außenposten verbessern ist möglich. Bei Grimgor mache ich allein schon als Zeichen meines guten Willens. So, die Knochen-Ebene. Was ist denn da möglich? Ja, manchens Kinder. Dann baust doch. Hohe Mauern, bitte. Verbesserter Turmgeschoss. Erfolgschoss einfach. Ja, Verschleiß in der Belagerung. Führerschaft in der Belagerung. Okay. Dann gibt es einen Haufen cooles Zeug. Müssen wir haben. Also, vielleicht kann ich diese Festung vom Vortag als einziges hier noch so richtig halten. Ich habe auch wieder keine richtige Verbindung mehr, ne, aus diesem Grund einfach. Diesem Hin und Her, das wir hier haben und ihr Leben. Ja, das war es in der Runde schon. Ich werde versuchen, ich werde versuchen, das Tempo so gut ich kann anzuziehen. Wir sind schon so weit gekommen und ich danke euch fürs Feedback, dass ihr das also durch die Bank noch weitergucken wollt. Ich sage es ganz ehrlich, YouTube lebt natürlich davon, dass man immer wieder das Neueste präsentiert. Dass man immer wieder andere Sachen vorstellt und bla. Es gibt sehr viele Kanäle da draußen, die haben die Möglichkeit oder Leute, und das finde ich toll, dass die das können und euch solche Sachen präsentieren. Ich kann das halt nicht. Ich betreue ein bis drei Projekte auf meinem Kanal in meiner Freizeit zu meinen zwei Kids, zu meinem Vollzeitjob und ich versuche es heute irgendwie zu bringen und ich habe euch mehrfach gefragt, nein, ich tue das nicht schon wieder, wollt ihr das weitergucken oder wollt ihr schauen, wie es ist. Echt die meisten sagen, weiter bitte mit Azzak. Finde ich toll, 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 toll. Gut, klar, man kann sagen, wer so weit guckt, die Neuinteressierten, mein Kanal wächst halt nur dann, wenn ich halt immer wieder auch neuen Content bringe, um das jetzt mal so abzukürzen. Ich bleibe aber diesem Spielstand, diesem Spiel jetzt erstmal treu, weil ich finde es auch selber ehrlich gesagt interessant und ich habe es immer wieder gesagt und ich wiederhole es jetzt an der Stelle nochmal. Ich zeige euch das, was mir Spaß macht und was mich auch interessiert und ich will nicht einfach nur neue Sachen schnell präsentieren immer, um dann halt schnell zu wachsen und schnell, weiß der Geil, wie viele tausend Abonnenten zu bekommen. Das ist, das möchte ich nicht, das kann ich bringen, aber nee, das ist nicht mein Anspruch. Ich spiele mit euch gemütlich eine Partie und ich spiele mir auch nur zur Not runter. Bei Updates, Extremneuerungen, was die Leute auch wirklich sehen wollen oder so, da kann es schon sein, dass ich dann dann umswitche oder so, weil es mir dann selbst halt einfach keine Freude macht, weil ich dann diesen super neuen Inhalt auch spielen will oder sowas. Das ist klar, das ist was anderes, aber es hängt einfach mit dem zusammen, was ich zuvor gesagt habe. So, gut, es ist, es reicht, ich schweife immer am Schluss meiner Folgen ab, da ich es schon lange nicht mehr gemacht habe, Leute, denkt dran, Daumen hoch, wer es noch nicht hat und abonnieren, es gibt ja bei Warhammer und anderen Sachen ja natürlich auch weiter dann und da verpasst ihr dann nichts. Ex Astris Gentia, fröhlichen Wahr und was auch immer euch hilft. Ciao, ciao.